Kannst dir ruhig einen Tacken mehr Leine geben, nicht so arg viel, weil da oben ist viel los manchmal. Da mach schön langsam, dass es sich entscheiden kann. Da darfst du ein bisschen näher ran, weil da oben ist eine Kreuzung. Sehr schön. Bleib ruhig stehen hier, lass sie erst mal gucken. Ich hab sie gar nicht drauf. Ich hab sie gar nicht drauf, ich hab sie drauf. So, und lass sie weiter gehen. Genau. Mach langsam. Geh mit. Ja, feine. Geh. 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 Geh.